Und was wir noch sehen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Schatten der Kaaba liegt. Das heißt ja, es ist keine Art der Verhöhnung der Kaaba, sich an die Kaaba zu lehnen mit dem Rücken, auch wenn es heute vielleicht nicht mehr möglich ist, weil es da nie zum Ruhestand kommt. Oder dass man mit den Füßen Richtung Kaaba, manche Menschen haben damit ein Problem, und wenn du dann die Füße dorthin machst, dann sagen sie dir hier, mach die Füße da weg. Also wenn du sitzt und deine Beine ausgestreckt hast Richtung der Kaaba, dann haben sie das Gefühl, dass es eine Art Verhöhnung ist, der Kaaba, oder nicht genügend Respekt erwiesen wird. Aber das ist interessant, wenn ein Mensch nicht im Sitzen beten kann. Und dann betet er im Liegen. Wo macht er seine Füße hin? Richtung Kribbler, richtig? Also von daher, das ist keine Art der Verhöhnung oder so, das ist einfach etwas ganz Normales. Ja. Und dann rauskommast. Sehr.